Sooo, Hallöchen, da sind wir, da bin ich wieder, und zwar hier in einem wunderschönen No-Hold-Bus-Match ist das, ja. Wir haben ja so die Fäde über die Monate gehalten und letztendlich unser letztes Match. Dieses Match ist auch gleichzeitig ein Karriere-Ende-Match, also der Verlierer muss danach Jürgen abgeben. Ja, drei Wochen ist es jetzt her, dass ich irgendwas hochgeladen habe, gezeigt habe, weil ich zwei Wochen überhaupt keine Zeit hatte dafür. Letzte Woche hatte ich keinen Nerv dafür, das war alles so ein bisschen komisch, aber dafür ist ja jetzt wieder was da. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich habe später noch ein Match gegen John Cena, mit Goldberg natürlich. Wir haben ja so ein ganz normales Single Match, wir gucken, ob ich das hochladen werde. Ich weiß nicht, aber ich denke schon. Achso, okay, das nimmt er nicht. Oh ja, jetzt wird er noch tausend, jawoll, zum tausend 16-1. Läuft ja. Na gut, dann haben wir den einen jetzt wenigstens noch. Und was denn alles? Ich kenne die Menschen, sprechenそitend auf mich nicht mehr? Ich kenne mich nicht. X-1. Und dann wird allergenden, die Menschen, sprich auf dem neuen Ich kenne mich, das hat hier eine andere Momente. Und dann wird das, was die erste und lugarst du in mir. Ich kenne mich, dann wird jeder Gestein. Die irgendwelche Ab touren sehen. Ich kenne mich, in derellschaft, meine Lebenspartnis, Und dann geht es auch schon mit. Und dann es stres. wieder mal echt sehr sehr lange achso er läuft doch nichts ist aber was mache ich denn? das wollte ich gar nicht ich wollte eigentlich den Ding sehen, jetzt habe ich falsch gedrückt das wollte ich hallo das hat mir nicht ich nehme mich auf ach ne, er schlägt mich, ist mir egal ok ok jetzt müssen wir mal ein bisschen vizeprägt mich ich nehme mich ich nehme mich nicht wir sind nicht ich nehme mich wie wir haben wir oh ok voll ohne Brustkorb emma geht voll ab Alter, läupt ihr Hallo, nimmst du? Ah, scheiße, was ist denn daneben? Ah, ich hasse diese Kamera-Preflektive. Ich hasse sie so derbst. Jetzt haben wir nur einen kleinen Fehler gemacht. Ach so. Hände und nicht weg? Nein! Da ist er gerannt. Scheiße. Ja, okay. Ja, gut. Naja, läuft! Ist das geil? Ist das geil? Alter, aber ist das... Ey, 2K. Naja, okay. Zu früh, okay. Ich hab nichts gedrückt, aber zu früh. Okay, ja gut, dann geh ich halt durch den Tisch. Ist halt so. Es ist auch ein... Ich hab noch als Barty. Ja gut, ich kann jetzt alles machen. Bis auf draußen halt, ne? Ach so, das war... Oh mein Gott, Moment. Ich glaub ich nicht. Ich glaub ich nicht. Ich glaub ich nicht. Mal... Was soll denn? Hallo nimmst du mal bitte die Tonne? Ach so. Ach so. Ich glaub ich nicht mehr nehmen, oder was? Schon kaputt, oder was? Schon kaputt, oder was? Ach so. 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 Will? Ach so. Ich will zurück? Ach so. Nein. Oh mein Ott. beloved Nos. Na weissabilir. Weil du wissen was du Essignal. anziehen, oder? Ich weiß das jetzt nicht, egal, wenn ich verliere. Ich halte immer ab. Ist dezent lustig. Ich stehe wohl wieder als erstes, oder was? Läuft. Ja, ey, was für eine Scheiße. Okay. Ey, 2K, du bist und bleibst. Ein dummes Spiel. Man kann es nicht anders sagen. Also, ich bin echt am überlegen, ob ich mir 18 hole. Ich bin mir da nicht so sicher. Weil, man sieht es ja. Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Was macht er da draußen jetzt? Ich bin mir da draußen, ich bin mir da draußen. Ich bin mir da draußen, ich bin mir da draußen. Ich bin mir da draußen. Die Reise ist hier. Undf сыnt. Das ist die Reise. Das ist die Reise. Die Reise ist hier nah. Die Karte, ich bin mir da draußen. Ich bin mir da draußen rum. Ich bin mir da draußen draußen. Das ist nie zu60 Meter. Und ich bin da draußen. Ja, wieder zu früh. Okay. Das drückt einfach gar nichts mehr, dann... Wie? Ach, scheiße. Ah, scheiße. Ja, egal. Da hätte ich echt anders fahren sollen. Was jetzt? Ach so. Ich soll grad schon sagen. Ach so, doch. Hä? Hä? Ich dachte gerade. Du bist immer leid, ne? Ja, wie, weißt du? Du willst jetzt noch raus. Jetzt wolltest du rausschmeißen und... Ja! Ja! Nimm sie nicht! Nimm sie nicht! Nimm sie nicht! Mann, ey, das kann doch echt nicht wahr sein, ey. 2K, Alter. Du gießt mir langsam richtig die Zeit auf den Sack. Ey, da drückst du 5000 Mal. Nimm sie einfach nicht, also... Ich hab irgendwie den Übersicht verloren. Ich weiß gar nicht wie viel das Erschätzung gezeigt hat. Ist das der Erste? Der Zweite? Ich hab keine Ahnung. Oh! Ja, raus wollen und so ist auch nichts. Ach du K. Jetzt hätte ich lustig gefunden nach dem Trick, dass ich mich hätte raus wollen können, dürfen, wie auch immer. Aber ey, 2K, das ist so... Ihr seht's ja, ihr kennt's ja selber bestanden, also... Ach, ja. Aber ich muss sagen, den ersten Trailer hab ich mir angeguckt. Von 2K, jetzt. Neun. Von 18. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus, also da haben sie echt... gut hingekriegt. Au. Hat nicht direkt rot überall. Läuft. Der ist nicht. Der ist nicht, dass ich... nicht, dass ich... Ich bin ja noch kein!" Aber ich kann es um einen K Spuren sein. Und du bist, wie immer es! Ich hab immer zwei, wir schauen, wie ich... Jetzt bin ich riesig, dass das ein K. K. sind ein K. mir gedauert. Egal. Egal. Irgendwie bin ich raus. Ich war vorhin drinnen, jetzt bin ich raus. So, gut. Dann nehmen wir den halt zu viel. Ja, ist okay. Völlig okay. Ja, guck mir das Spiel. Ja, wieder zu früh. Sag mal. R2 kommt. Ich drücke. Ach, zu früh. Ja, ich kriege den Monitor weg. Sieht doch mal. Uff. Ja, der Baseballbett liegt da oben. Warte, ich kriege ein bisschen weg. Ja, ich war, achso, in der Luft oder was. Okay. Nee. Ja, komm rein. Hä? Ja, okay. Wie Emma auch noch einen Schritt drauf zugeht. Was soll das? Ich drücke in die andere Richtung und... Oh, schade. Ja, ich wollte sagen, auf den Stuhl, aber dann setze ich mich auf den Stuhl. Ne? Super. Das hat er voll gebracht. Also, er hat dann rein. Einklemmen geht nicht, oder was? Ich will den einklemmen, aber... Wieso kann ich den nicht an irgendeinen Füße... Ah, jetzt. Hallo, du sollst den einklemmen. Sag mal. Jetzt hier auf der Rum zu zappeln, kommst du auf. Okay. Ich drücke eigentlich in die Ecke, aber okay. Auf dem Stuhl. Doch nicht. Äh, ich hätte gedacht, der dreht nochmal so rum, aber... Ja, okay. Zu spät. Und der ist auch noch eingeschlappt. Was soll das? Hey, 2K, ey, bitte. Bitte. Es kann doch echt nicht auf dem Stuhl tragen, weil das war doch mal ein schöner Wurf. Oh, hier liegt doch schön auf dem Stuhl. Thomas? Ah, ja, es ist schön. Ja, das kann hier nur Stimmen geben. Das Ding ist, ich habe mit Emma nur ein Finisher-Slot und ich weiß nicht, wie ich das umstellen kann. Ich muss ja irgendwie mein Ziel aufbrechen, sonst kann ich kein Fini machen. Und das ist derbstscheiße. Oh. Ja, ich muss ja zufrieden. Ja. nein egal ich bedanke mich auf jeden Fall zu schauen ich habe anfangs so gut ja ja passiert